Mariechen von Guadeloupe, du hörst mir zu. Nein, sagt der Arzt und raucht, sie lebt vor sich hin, Kippen, Zeugen von mir. Mariechen von Guadeloupe, du hörst mir zu, wenn ich bete. Drei Päckchen pro Tag, weiße Asche in deinem Schuss. Drei Päckchen pro Tag, weiße Asche in deinem Schuss. Drei Päckchen pro Tag, weiße Asche in deinem Schuss. Drei Päckchen pro Tag, weiße Asche in deinem Schuss. Drei Päckchen pro Tag, weiße Asche in deinem Schuss. Drei Päckchen pro Tag, weiße Asche in deinem Schuss.